Am nördlichen Ausgang des Feixengassels befand sich von 1380 bis 1850 das Nordtor. Dieses Tor hatte die gleiche Funktion wie das Südtor. Auch hier wurden vor den Toren aufgegriffene, unangenehm aufgefallene Menschen eingesperrt. Während im Südtor die Bürger interniert wurden, war der Kotter des Nordtors für niederes Volk und Landstreicher bestimmt. Nach der Entfernung des Nordtors und dem Abbruch des Turms wurde der Kerker, der sogenannte Kotter, in den Keller des Rathauses verlegt, wo er offiziell erst im Zuge der Rathaussanierung 1990 aufgelöst wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017